Heliii Heli erledigt Wow Flubbelibup Oh nein mein Heli ist kaputt Der hier Der andere Heli ist drauf gelandet, das ist schlecht So Alle Gegner getötet Und der andere ist auch da Oh, ich hab gar nicht mehr auf den geachtet, verdammt Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt Die Drohne ist oben Ich hab irgendwie nicht mehr auf den geachtet Mist Hey Ich hab komplett gar nicht mehr auf den geachtet Auf den Gefangenen von der Mission Oh Vergisset Geschafft sollen wir den Truck nach Vorräten absuchen Äh ja stimmt den Truck Der ist auch noch da vorne Hehe Hm Ne Ab die Rebellen um Indirektes vorab die Rebellen um Ablenkung gebeten Ich muss hier weg Ich muss hier weg Ziemlich viele Blinklichter und Knüpfiger dran So So Wie konnte ich den denn vergessen? Ich war so mit der Uni DAT beschäftigt Ich war so mit der Uni DAT beschäftigt, dass ich ganz vergessen hab Dass ich ja die Mission schon gestartet hab Verdammt Seid ihr okay? Nein, ich liebe den DAT Oder kommt der erstmal? Ist der noch unterwegs um zu kommen? Ne der ist schon Der ist schon unterwegs um abzuhauen Auf dein Zeichen was? Zeichen Shit So Nachschub markieren Er gibt auch fast 1000 Punkte Abmarsch So Jetzt aber schnell zu dem Zu dem Gefangenen Konvoi Ich hoffe ich werde nicht vorher abgeschossen von einer SEM Stellung Von einer Luftabwehrrakete Hier gibt es nämlich einige Stellungen Da zum Beispiel Und da unter mir Wer schießt? Wer schießt? Die unter mir Und die andere auch Oh Oh shit Ja Ja Oh fuck Jetzt soll noch eine Kurve ziehen Oh Scheiße Und direkt bei Gegnern gelandet Macht aber eh nichts Dann Dann Jetzt machst du gleich bumm Und dann sind wir tot Genau Ich muss mal Ich muss mal gucken für die nächste Aufnahmesession besorge ich mir glaube ich 1 2 Booster Tier 1 Booster Dann Keine Ahnung 1 2 Ja so Ja genau Setz mich doch einfach genau hier Genau Setz mich doch inmitten von Gegnern wieder auf Ich sehe einen Unidad Soldat Ok Drüben am Parkplatz Hab die Rebellen gebeten die Gegend für uns aufzuklären Alles ok Alles ok Alles ok Ähm ja also 2-3 Stunden für ein Level Für eine Stufe ist ja jetzt nicht grad Also Wenn die Folge hier vorbei ist Müssten es ungefähr 2 Stunden sein Die wir schon an dem An dieser Stufe hier hängen Ich bin der Pilot Und ja Dann wahrscheinlich insgesamt Wären es dann 3 Stunden 3 Stunden Und 3 Stunden für eine Stufe ist ein bisschen viel Aber nur ganz ganz dezent viel Bisschen übertrieben Ich bin so normalerweise wird es mir nichts ausmachen Aber wenn ich es da schon Jetzt schon aufnehme Dann Wäre es vielleicht schön die Zeit zu halbieren Raus, 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 raus Ich habe die Rebellen gebeten die Gegend aufzuklären Ich habe die Rebellen gebeten die Gegend aufzuklären Das tolle an Missionsfahrzeugen ist Die explodieren nicht direkt Die werden zwar zerstört aber Es wird nicht direkt Explodieren nicht direkt Komm schon Amigo Das sei denn du willst hier bleiben Wofür die Rebellen Ich habe das Gefühl Das er mich so Kilt Komm drauf an Bist du hart? Lass mich gehen und ich zeige euch wie artig ich bin Ich habe gar keinen Hut mehr Normalerweise hat er immer einen Hut auf Pincheputo Die mach dich fertig Cabron Ja dann mach mich mal fertig Cabron Ja dann mach mich mal fertig Cabron Dann mach mich doch fertig Los mach mich fertig ja komm 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 mach mich doch fertig So bleibt noch die Herausforderung Dort wo ich hin muss anzukommen ohne zu explodieren vorher Ich bin einfach nur ein besonders schnelles Fahrzeug Macht euch keine Gedanken Ich bin ein Zug Hört auf zu schießen Oh Da war mal ein Dingens Ein Dingens Ähm Ein Ein Dingens genau Ein Sieht aus als hätten wir sie aufgescheucht Ein was? Ein Kaktus So heißen die Dinger Wunder ab, schnell los So Komm raus da Pst die haben die Explosion geholfen Warum kommt ihr die Ich kann nicht rausholen Ich kann die nicht rausholen Oh leck mich doch am Arsch Warum konnte ich den denn jetzt nicht rausholen? Warte Fuck Und das ganze nochmal Was? Papa Katari Um ein Fahrzeug Gebiet Die Unidat ist im Anmarsch Mir egal Die haben nichts zu melden Die haben nichts zu melden Der braucht gar nicht erst auszustecken Ich glaube das waren alle Drohne flatte Neuen waren es nicht Drohne flatte Unidat im Anmarsch Na was für eine Sauerei Aufwachen Unidat im Anmarsch Habt ihr Rebellen gewinnen die Gegend für uns aufzuklären Dann laden wir noch mal nach Okay bin unterwegs Such eine gute Position Verstanden Unterwegs Okay Ziel markiert Roger Ziel erfasst Bin schussbereit Aber ein Ziel Greife an Was hatte der Truck getan? Glaubst du da ist noch was übrig? Sind sie das? Verwandigen Ich mach das ich fliege Oh fuck Unidat Heli Ich sitze los gehts Der Heli war einmal Ich liebe die Sniper Die macht einfach mit allem kurzen Prozess Ist das nicht der mit dem der normalerweise den Hut an hat? Hier bleiben Wofür die Rettung? Naja Ich hab das Gefühl dass er Misura so killt Komm drauf an Bist du artig? Shit Lass mich gehen und ich zeig euch wie artig ich bin Puto Warum zur Hölle ist das Auto explodiert nachdem ich mit der Pistole drauf geschossen hab? Ups Ups Ja ja Ganz schön große Klappe Dafür dass wir sich grad gerettet haben Ah die Wettereffekte sieht so schön aus Ups Slam statt Ups 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 Oh Mathias Oh Science Ups 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 Sprengt das Auto in die Luft. Was? Warum war der Typ da oben? Scheiße. Fuck. Aber diese Mission hat noch nie drei Versuche gebraucht. Noch nie. Das ist bestimmt der Vorführeffekt. Die Tatsache, dass schon zwei Uhr ist, nachts. Wenn ich eigentlich um ein Uhr ins Bett wollte. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Keine Ahnung, wo die Schüsse landen. Glaubst du, in dem brennenden Wrack ist noch was übrig? Escorte zerstört. So. Jetzt ein bisschen wegrennen, damit die gespawnen. Alles klar bei mir. Machen wir das eben mal so. Gespawnt. Ja, quasi. Da ist doch gerade ein Unilat-Fahrzeug gefahren. Wann kommt das da an? Da. Ups. Ups. Sag mal. Toll. Jetzt habe ich ihn schützen getötet. Geht doch. Gut. Guck. 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 Bis zum nächsten Mal.